Hey Leute, willkommen zu einem ganz kurzen Video auf meinem Kanal. Heute wollte ich euch einfach mal gerade nur sagen, ich habe einen Zweitkanal und damit auch eine zweite E-Mail-Adresse, die ich euch sagen werde. Also, guckt einmal hier hin. Oh. Ja. Wie sieht man das? Pausiert hier das Video und dann könnt ihr mir eine, ja, E-Mail schicken. Also ihr könnt ja Bilder senden, die ich dann auch im Video zeigen werde oder was schreiben werde, was ich vielleicht auch einblenden werde im Video. Ja. Und auf jeden Fall der Zweitkanal heißt, ähm, Fabian Roblox. Hier so, Fabian Roblox heißt der Kanal dann. Aber ich glaube, den findet man jetzt nicht mehr so leicht auf YouTube. Also wenn ihr eingibt, ähm, ist da so ein, ähm, Bacon, der den Tower dann geschafft hat. Also es vor so einem weißen Tor steht. Also als Profilbild, ähm, ich werde, ähm, in die Videobeschreibung auch nochmal die E-Mail-Adresse schreiben. Ähm, und auch in den Kommentaren angepinnt. Ähm, ja. Und den Kanal, ähm, den Link ist auch in der Videobeschreibung. Und ja, das war nur eine kurze Info. Dann würde ich sagen, ciao. Wartet. Ciao, Leute.